Montagnachmittag ist das Team in Hockenheim angekommen. Das Auto wurde in die Pit gestellt, die ganze Pit wurde eingerichtet. Am Dienstag wurde der Tag dann noch genutzt, um das Fahrzeug noch weiter herzurichten. Am Nachmittag kam dann das mechanische Scrutineering, wo das Fahrzeug dann auf Herz und Nieren geprüft wurde. Leider konnten wir das dann noch nicht bestehen, aufgrund noch elektrischer Probleme und noch anderer Kleinigkeiten. Am Mittwoch fanden für uns die Design Presentation und der Cost Report statt, sowie auch der Businessplan. Wir sind ziemlich zufrieden mit unserer Leistung und freuen uns auf die Ergebnisse. Das war's für heute. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017